Heute, meine Freunde, gibt's ein ganz besonderes Video. Ich bin sehr aufgeregt, denn ich habe etwas sehr, sehr Krasses gefunden. Es gibt eine Pre-Story zu Skippity Toilet. Das heißt, wir haben jetzt einen exklusiven Einblick, wie es mit Skippity Toilet überhaupt losgegangen ist, weil ich ein bisschen im Internet recherchiert habe. Leute, es war denn ein sehr, sehr geiles Video. Lasst ein Like da und helft mal mit, das Video in die Trends zu bringen, indem ihr einfach ein Like da lasst und das Video bis zum Ende schaut. Viel Spaß, wir gehen rein und let's go. Alle Credits zu TheFuckBoom ist klar, alles von seinem Kanal. Und es gibt drei Videos plus ein ganz spezielles, was wir uns jetzt angucken wollen, wie man... Ja, also es wird ein bisschen random und dann später kommt eine sehr, sehr interessante Story dazu. Ihr seht, die ganze Zeit experimentieren diese Charaktere hier rum. Das ist so ein bisschen von GTA San Andreas, Angel in Big Smoke. Und alle fusionieren sich irgendwie mal ganz komisch. Und da war schon so ein bisschen drin so, mhm, Skippity Toilet, okay. Und es wird ziemlich, ziemlich krass. Was ist das denn? Okay, das hier ist ein bisschen Half-Life so. Okay, ja, muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, ja, okay. Also Zombie G Freeman. Weiß ich ja nicht, was ich davon halten soll. Okay, was haben wir hier? Oh Gott. Einfach Transformer mit einem Mittelfinger? Den nehme ich persönlich, Bruder. Und davon gibt es noch zwei weitere Teile. Die gucken wir uns jetzt an, bis wir dann zur Main-Story kommen. Wir sehen ein paar Leute, die hier im Zug sind. Und auch die werden schon irgendwie so komisch zusammengesetzt. Und da haben wir eine Parallele zu der Skippity Toilet mit diesen fünf Köpfen. Hier ist Big Smoke mit dem Extra Dip. Fusioniert er sich jetzt mit dem Burger? Okay, das ist cool. Was haben wir hier? So ein Büro. Aber warum passiert das? Das weiß man halt nicht. Fakt ist, die Charaktere haben sich irgendwie mit Sachen zusammen... Oh, da guckt ihr mal seine Finger an. Und da unten war auch irgendwas ganz komisches. Das hier ist CSGO. Mein Lieblingsspiel, Leute. All time einfach. Da habe ich über 3000 Stunden drin verbracht. Er hat eine Bombe geplantet, aber... Die ist in ihm drin, explodiert total blöd. Okay, ich glaube, das Auto überfährt ihn jetzt. Und dadurch wird er... Hä? Was ist das denn? Okay, crazy. Hier. Big Smoke da hinten wieder in der Ecke. Big Smoke wird auch eingezogen. Oh, das waren viele auf jeden Fall. Big Smoke ganz vorne. Und da habt ihr es gerade gesehen. Hier vorne ist das erste Mal dieser G-Man drin. Den ist schon mal mit dem Ganzen gesehen. Das war anscheinend ein Charakter. Ich habe ihn da eben gar nicht drinnen gesehen. Und wir haben hier oben auch irgendwie einen komischen... Der sieht nach einer Celebrity aus. Nach einer Persönlichkeit. Und Big Smoke natürlich. Und ein paar andere Charaktere, die wir in Skibli Toilets schon mal so gesehen haben. Zumindest ich bin der Mann. Jetzt zum letzten Part. Part, bevor wir dann in die Main-Story übergehen. Hier sitzt ein Typ auf entspannt. Was ist das denn? Was ist das denn? Bro! Alter! Das war sehr gruselig gerade, Leute. Hashtag gruselig in die Kommentare. Wenn ihr den fühlt... Okay, die haben anscheinend Köpfe getauscht. Komisch. Das ist Skibli Toilet. Am Anfang, wo die so Toiletten sind, wo die da essen. So sieht es auf jeden Fall aus. Okay. Ist das nicht die DJ Toilet? Alle beten ihn irgendwie an. Komisch. Was haben wir hier? Sind ein paar Leute irgendwie am Arbeiten oder was? Und die werden an die Leinwand gehängt. Und da steht... Also... Ja. Drei Spider-Mans. Einer spielt Schere, Stein, Papier. Und die boxen sich dann gegenseitig, wenn sie verlieren. Junge, guck dir mal seinen Hals an. Das ist auch schon merkwürdig. Bisschen von Skibli Toilet so. Einigermaßen. Hier ist wieder so eine Kreuzung. Alles wird wieder zusammengezogen wahrscheinlich. Nein. Was zum... Was war das gerade? Hä? Okay, wir haben die Main Street. Da hinten seine Hand. Guck dir die mal an. Was macht der da? Wieder dieser Typ. Der ist doch komisch oder was? Bro, wo bringst du mich hin? Wo bringst du mich hin, Digi? Goodbye. Er sagt Goodbye. Lol. Was war das? Ist das vielleicht so ein Charakter wie The Frack Boom in Skibli Toilet, der irgendwas machen kann? Wir gucken weiter. Denn das hier ist die absolute Main Story zu Skibli Toilet. Alles fängt bei diesem Typen an. Es ist 12 Uhr. Er wacht auf. Er muss unbedingt auf Toilette pinkeln. Aha. Irgendwelche Hinweise? Soweit nicht. Das Bild, ja. Okay. Da ist schon seine komische Toilette. Oder was geht denn hier ab? Ja, das ist immer wieder ein ganz komisches Video. Er wundert sich oder er fragt sich, wo dieser Urin hingeht. Wo sein, so sein Urin hingeht. Er legt sich wieder schlafen. Wird wach. Und er will immer noch pinkeln. Und die Toilette ist auf einmal in seinem Zimmer? Hä? Wie kommt der das so schnell hin? Das war anscheinend ein Albtraum. Ein Traum im Traum, sagt er. Nice. Sieht so aus, als wäre es die Realität. Jetzt musst du aber dringend pinkeln. Wieder ein Traum. Es waren übel viele Toiletten. Die Toilette ist dieses Mal nicht da. Da ist die Toilette. Und er muss die ganze Zeit auf Toilette. Und jetzt wird der Gang irgendwie immer länger anscheinend. Nein, er kommt da nicht hin. Er wird weggezogen. Hä? Jetzt pinkelt er einfach auf den Teppich. Und locker ist da jetzt die Toilette. Da? Was ist da denn los? Er hört nicht auf zu pinkeln. Und er trinkt in seiner eigenen... Er hat wieder geträumt. Er will jetzt runterfallen. Aber... Anscheinend hat er das auch überlebt. Sein Traum ganz komisch. Er... Er wacht immer wieder auf. Jetzt ist er in dem Beck. Es explodiert. Der wacht wieder auf. Was ist das da in der Ecke? Junge, was ist das da? Sieht schon ziemlich komisch aus. Jetzt wird's langsam creepy. Er sagt schon so, ja? Du glaubst wirklich, das ist Realität? Nee, nee. Oh! Okay. Wo ist er jetzt aufgewacht? Das ist nicht sein Zuhause. Jemand klopft an die Tür. Er muss ganz schnell weg. Nimm den Fahrstuhl. Mach den Fahrstuhl zu. Da war irgendwas. Der Fahrstuhl ist aus. Das ist nicht gut. Er hat die Regel vergessen. Niemals den Fahrstuhl in einem Albtraum benutzen. Und jetzt fällt der ganze Fahrstuhl runter. Aber... Er hat es überlebt. Tür geht auf. Was zum... Oh mein Gott. Jetzt wird mir einiges klar. Er pinkelt einfach da runter. Was ist das da drüben? Irgendwas kommt auf ihn zu. Oh Gott! Wieder. Wieder so ein... Er sagt... Wach auf. Und schon wieder... Finally, Jesus... Was passiert da? I must admit... In all this madness... I'm starting to forget that I want to pee. Er hat sogar schon vergessen, dass er pinkeln muss. Ääääääääääh! Was 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 das? Der Typ hat den Albtraum der Albträume. Moment, bevor wir jetzt den Typen, der die Tür eingetreten hat, betrachten, überlegt mal Leute, ist das möglicherweise der Schlüssel zum Verständnis der Geschichte? Alle Charaktere vielleicht von Skibbity Toilet sind in diesem Traum gefangen, dass sie ständig pinkeln müssen und dann sind sie sozusagen eine Toilette und checken das gar nicht und denken alle, dass sie träumen. Könnte das sein? Man weiß es nicht. Und er sagt, yo Bro, ich bin zu Hause. Und er weiß gar nicht, wer das ist und er hat sich anscheinend in die Hose gepinkelt. Er hat ihnen einen neuen Laptop gekauft und macht ihn direkt kaputt. Oha, Junge, was macht der? Er kann einfach nicht aufwachen. Jetzt geht er auf Toilette und alles scheint normal. Das ist es. Da kommt eine Hand raus. Oh mein Gott! Was war das gerade? Er will einfach nur schlafen. Wird immer aggressiver. Jetzt legt er sich hin. Jetzt hat es geklappt. Was ist das da oben? Junge, das war ja wohl die Message des Todes. Und er sagt the fuck und dann ist das Bett runtergekommen. Und das heißt the fuck boom. Das war ein unglaublich krasses Verständnis zur Geschichte von Skippity Toilet. Also zumindest kann ich mir jetzt ein bisschen mehr darunter vorstellen, warum das eigentlich passiert ist. Leute, schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr glaubt, was hier passiert ist und was das zu bedeuten hat. Ich werde natürlich noch tiefer graben für euch und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Dankeschön fürs Zuschauen. Big Kiss. Daeno out.